Zypress, jetzt ist es 12 Uhr Sonntag, das ist immer schön warm gewesen. Das Auto steht auch schon ein bisschen in der Sonne. Es wird auch schon wieder so 35 Grad haben. Und dieser Kühlakku ist jetzt aufgetaucht, aber er fühlt sich immer noch ein bisschen kalter an. Und der Zypress hält eigentlich sehr lange. Da könnte das nicht so lange sich dann abkühlen beim Autofahren. Und der Pischel Zypress.